ein herzliches hallöl und damit willkommen zurück hier bei everspace 2 aufgeladen vollgetankt bisschen was investiert und mehr bleibt nicht zu sagen außer dass wir jetzt starten und unsere mission weiter fortsetzen die da lautet das habe ich euch auflaufen lassen die da lautet mission go to the davan gas orbit wie uns geheißen wird so wenn wir es tun und der ist da hinten wir sind hier der ist dahinten und und discovered side waypoint nein will ich nicht da geht es jetzt hin perfekt der bomber gefällt mir übrigens im märmeer siehmeer bevor docking erl ray's flags do you think he bought the roos hive it is difficult to ascertain but it was a jolly convincing performance good call on him being new to this detail yeah well do have some recent and unpleasant dealings with this guy i'll have to try to find out from him how he ended up in an elite squad role do not bother to dig too deep our mission is only to infiltrate the base i'm guessing the failed cito system mission was the failed extradition of dax this i suppose adds an emotional element to your approach which i suggest forgetting for now ok destroy fuel tech oh gott oh gott oh gott oh gott hier ist aber richtig was machen so far the outlaws are only holding one of the two harvesters your task is to well to do what you do best going nuclear and tearing them to shreds i know perfectly well what needs to be done never assume otherwise of course sir i'll leave you to it that was a nice touch i'm getting into my role too much for me so 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 yeah so 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 das ist sehr teuer das ist richtig teuer so 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 ich denke ich denke ich denke da gibt es andere lösungen müssen wir hier vielleicht erst mal die antimissile drone ich wüsste allerdings nicht wo wir die few tanks zerstören sollen irgendwo irgendwo da unten das ist nicht das wird immer freaky gell was ist das wollen wir da mal hinfliegen powercore ok das scheint nur einfach irgendwas zu sein also hier oben ist nichts mehr ist alles zerschossen und zerstört so das sind die fighter es wird auch nichts angezeigt ne es wird auch nichts angezeigt was bringt der aha oha das ding ist ja geil krass damit hätten wir den zerstörer wohl kaputt gekriegt oder das wäre es ok es hilft nichts ich würde sagen wir müssen hier eigentlich wir müssen mal irgendwas angreifen drone carrier ok ok Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 nicht vergehen sehr schön nice okay das hat jetzt allerdings nicht so viel gebracht wie ich mir erhofft habe weil ich immer noch nicht weiß wo ist der rest vom schützenfest aua sockets okay kann man hier reinfliegen muss man hier reinfliegen kann man da drunter wegfliegen das ist alles in zeit hier okay aber wir haben bei dem gas harvester haben wir so ein power oil wenn ich das richtig sehe also hier kommen wir nicht lang okay da kommen wir nicht geht so nicht okay alles klar das ist nicht dann ist es nicht das was ich rausfinden soll vermute ich jetzt mal ja 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 Nichts wie ein bisschen Blutlust, um den Spiritus zu schützen. Die schnapp ich mir jetzt auch noch, aber ich... Sorry Leute, momentan weiß ich nicht, was äh... Powercore. Da mal gucken. Okay, ähm... Damit geht's nicht. Das ist auch Powercore. Well executed. Will you help? I can offer emotional support if needed. I can make animal sounds if that would comfort you. Ah, forget it. Yes, okay. Das hat auch was gebracht. So, jetzt aber erschlacht mich. Wo zum Teufel... Wo zum Teufel soll ich die Sachen zerstören? Haha, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. ああ, das ist ein bisschen... Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung. Okay, ich habe es geschafft. Das ist auch nicht schlecht. MP-Missile ist auch nicht verkehrt. Regenerating Plate. Okay. Alles Level 13. Gut, hat sich ja erstmal soweit gelohnt. So, das Ding ist, geh jetzt weiter. Geh jetzt weiter. Ja. Das Einzige, was hier ist, ist das, das Secured Container. Okay, wir müssen da nochmal hin. Gut, das ist schon mal nüscht. Da geht schon mal gar nix. So, beides scheint hier irgendwie verbunden zu sein. Und der saugt hier nur ein. Und der pustet raus. Komisch, 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 komisch. Das heißt, hinten kann ich auch nix machen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht unsere Mission, ne? Unsere Mission ist ja eigentlich, irgendwas zu zerstören. Und das muss doch irgendwie... Das muss doch irgendwie gehen. Das ist der Dutchman. Okay, also... Hier könnten wir jetzt drauf landen. Das ist auch schön, das können wir auch mal machen. So ein Interesse halber. Können wir uns hier mal reparieren. Das ist günstig. In dem Moment ist es ja günstig, ja. Eieiei, eiei, eiei, eiei. Und auch das ist... Energy Core. Output Boost und Output Shield. Das ist auch nicht schlecht. Könnte man auch reinbauen. Stick Turnt. Aber Minen-Launcher, den können wir... So, wir bauen den mal aus. Jetzt nehmen wir da rüber und bauen den Minen-Launcher da rein. Die sind auch unbegrenzt. Das ist ja geil. Das ist ja cool, Leute. Das finde ich ja richtig witzig. So, aber... Ich... Packbar ist es immer noch nicht. Und jetzt starten. Destroy Fuel Tanks. Wo muss ich die zerstören? Doch wohl nicht da drinnen, oder? Ich bin ein kleines bisschen überfragt gerade. Bin ich ganz ehrlich. Ah, okay. Power Socket. Okay, dann grammen wir uns das mal. Mal sehen was. Das müsste doch hier drin. Das klingt unglaublich. Okay. Das ist auch noch ein Power Socket. Äh, eine Power Cell. So geht es hier also weiter. So, alles klar. Oh, das ist hier drin. Oh, das ist hier drin. So, alles klar. Oh, das ist hier drin. Was ist das? Okay, irgendwas passt hier noch nicht. Warum, was passt hier noch nicht? Achso, muss ich das in der kurzen Zeit machen? Was ist das? Okay, das ist, kann ich irgendwas erkennen. Die sind verbunden miteinander, okay. Und die sind auch verbunden miteinander. Okay, die bleiben grün. Die Frage ist, warum bleiben sie grün? Sie werden nicht rot. Ist jetzt irgendwas auf dieser Seite passiert? Nein, es ist nichts auf dieser Seite passiert. Sie sind weiter grün. Und sie sind weiter grün. Okay. 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 Und jetzt sind sie alle wieder rot. Ja, jetzt sind sie alle wieder rot. Leute, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber eins müssen wir tun. Und zwar müssen wir an dieser Stelle die Folge beenden. Denn die halbe Stunde ist rum. Ich muss es tun, leider. Leidigerweise. Und ja, mir bleibt nicht viel zu sagen. Das war spannend. Das war cool. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da gerne auch ein Abo. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und mehr bleibt nicht zu sagen. Ich freue mich über euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.